Das einzige, was die hier bei San Andreas rausgelassen haben für die 100% sind echt die Monster Stunts. Die gibt es hier, aber die sind nicht erforderlich für die 100%. Was mich doch sehr gewundert hat, war bei GTA Vice City war das so, bei GTA 4 ist das so. GTA 3 weiß ich es gerade nicht. Ich meine, da wäre es aber auch so gewesen. Davor weiß ich sowieso nicht. Ja, bei GTA 5 habe ich noch keine Ahnung, das wissen wir ja dann bald. Hoffentlich. Freue ich mich schon drauf. Oh, man sollte auch nach vorne gucken, wenn man fährt. Ja, richtig, haben wir in der Fahrschule alle gelernt. Nicht nach hinten gucken. Mein Schulterblick hat einfach zu lange gedauert. Und es fängt schon wieder an zu nebeln. Oh, juhu. Nein, 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 ach shit. Na ja, explodier du nur. Nie. Vergesst tolle, kann man nicht gehen beim Ziel. Are you going to San Antonio? Fragezeichen. Punkt. Will ich jetzt mal schön reden? Peace. I've got everything you need, Lone Traveler. It's in the mothership. Back there. Thanks, man. Look, here goes your paper. Ah, the karmic circle closes. All is as it should be. Back to the egg. Damn, man, there must be two tons of that stuff back there. Two, three, Rama. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh, man. Narcs, you fucking rat. Dude, don't put that on me. You don't want to deal with tenpenny. What's all this? Calm, brother. Panic paves the way to bad karma. Man, we got to torch those fields. I hope Kaya can forgive us. Wie viel hat dieser Typ nur gekifft? Ach, übrigens, so ein Auto fährt bei uns in der Stadt hier auch rum. Sieht fast genauso aus, nur ein bisschen gelblicher alles. Mann, der ist ja richtig fleißig. So macht man das. Einmal in die Mitte rein. So, und dann alles weggebrannt. Block, block und block und fertig. Nächste Station. Gehen wir mal hier in die Mitte. Können wir nämlich links... Hey. Hallo? Ah, geht doch. Die ganzen Qualm natürlich schön eininhalieren. Sonst wäre es ja zu schade. Hier nochmal... Oh, ich hab einen vergessen. Ne, so Thuus hat einen vergessen, der Vollpfosten. So. Hier noch die paar Pflänzchen. Oh Mann, ist das ein Vollpfosten. Na ja, wir haben ja Zeit. Viereinhalb Stunden noch. Yeah, fackel die, fackel die, fackel die, fackel die, fackel die. Alles weg, wunderbar. Noch zwei rein. Entschuldigung, vier. Weg mit der Scheiße hier. Auch total unauffällig so über dem Helikopter, der mit Sucherscheinwerfern da sucht, ne? Aber man macht man ja im Real Life auch so. Nein, ich meine, ich denke, ich werde schlafen. Beifte auf den Ozean und du wirst drühen, Bruder. Karl, Mann, wir nehmen das Mothership und holen unsere Scheiße aus hier. Geh, sie holen sie ab. Ich werde zuerst brennen und ich werde dich folgen. Ich muss die ganze Drecksarbeit wieder machen, für so einen Penner. Naja, das ist GTA. Wir als anständige Bürger müssen wir die Drecksarbeit für die Penner verrichten. Achso, ist schon abgebrannt. Lululoo. Ja, komm, 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 komm. So, geht doch. So, das wären nur noch die paar hier. Fertig. Huch. Ich fackel hier ganz in Ruhe das Gras ab und der... Ne, guckt sich ja nur den Wagen von oben an. Schönes Muster. Was ist denn, eine Pistole, Baseballschläger? Yeah. Ein Raketenwerfer. So, du Bastard, komm her. Nein. Yeah. Das heißt, wir haben noch acht Schuss mit dem Raketenwerfer. Könnte man unter Umständen mal gebrauchen. Achso, ich darf wieder fahren. Toll. Ein Dricks-Bus hier. Halt. Dahin geht's hoch. Äh, und jetzt mache ich was, was ich bisher immer gemacht habe. So eine kleine Tradition von mir. Ich bin in dieser Mission mit diesem Wagen immer über die Gleise nach San Fierro gefahren. Oh, mein Gott. Ich habe drei Tonnen Gras auf Bord. Der Motorblock ist mit einer Makrame Hammock und es läuft auf 15-jährigen Kuchen-Oil. Shit. Kannst du schreit? Schreit? Ich bin ein Hippi. Die einzige Sache, die ich schreit war, ist Acid. Ich habe gehört, dass dieser Typ erhört. Ich dachte, dass sein Nose ein Kangaroe war und das Möe war ein Tuch. Wooo. Wooo. Ja. Wooo. Was ist das? 23. 23. Plus 23 sind 46. Richtig. So. Nein. Stimmt. Ich muss noch eine weiter, weil ich vielleicht ausfahrt. Die uns allseits bekannte Garage müsse das eigentlich sein. Hey, you wanna hit on this? A little temple chair is in a cocktail with some Napoli's Munga Munga. Put that thing out, man. I can't see. Come on up, brother. It's good shit. Put it out, motherfucker. I'm warning you. Whoa, chill the fuck out. Firstly, you are a real buzz killer, amigo. And secondly, I never made love to my mother. She wouldn't. And thirdly, we're in this together, so be cool. Sorry, man. I just don't drive when I'm fading. This is the place. Whoa, Jesus, dude. Looks like you've been fed a bummer. Oh, ich war ein T-J. I want to save the game. Um, 6. 25. Februar. Yes. So, guck mal mal. Wear flowers in your hair. Nanananananana. Oh, die ganze Sippe. Motherfucker! That mute asshole. That fucking snake without a tongue. Gave me this shit hole instead of a pink slip. I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world. Carl, Holmes, take it easy. At least we're alive. Carl, friend, fellow traveler, relax, man. You're really killing my fucking vibe here. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man. But I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look. We in a strange place. We got shit to our name. And for once, I try to make something work in this garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh. That's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life, you wanted something for nothing. Now you've got something, and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Come on, stop tripping, man. Both of you. Whoa, man. The energy here, it's fantastic. Oh. Yeah. All right. But how am I finding some good mechanics to work up in here, man? I know a few guys. Come with me, friend. They're good people, I swear it. Man, I'm about to ride with this fool again. Come on, man. There's these two guys I know. Used to work on marine engines. Till the mob bought their business over in Vice. Now they try and make ends meet by taking any old job. They're a little bit dull by their habit. But the smoke don't get in the way of their skills with an engine. We'll pick up Jethro first. Last I heard he was working at a garage over in East Basin. Bis die Mafia ihre Bootswerft in Vice City aufgekauft hat, hat. Ich hab die Bootswerft in Vice City damals gekauft. Ähm, ja. Hey man, how did you meet these dudes anyway? But Tommy was sad. We met with the Indiana-Fierre 11, apparently. Apparently. You know how it is, man. A building of tints, crazy-ass music, a quart of mesclin vodka, polar bears. Polar bears? Yeah, go figure. But they were funny guys, man. Great sense of humor. Das ist schon ein verrückter Typ, irgendwie. Ähm, Platz da, Chef kommt. Äh, links, rechts, links, rechts. Oho, hier ist, äh, total scheiße. Hm. Ohoah. Ja, fahren wir halt so, was soll's. Das hier ist vietnamese Gang-Territory. Tanang-Boys, schienende Razors, Butterfly-Children. Bekomm dich selbst, dude. Diese Katze sind wirklich sehr ernst. Huch. Ah, komm schon. Hey, Jethro. Jethro. Hopp in, Mann. Ich hab' dir einen richtigen Job gebracht. Hey, da, Trist, Dad. Oh, Mann. Do, do I owe you? Cause I swear I paid for that weed, dude. No, Mann, we're good. I think. Jethro, Karl. Karl, Jethro. What's up, Mann? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora District. West of here. Yeah. Are you sick? No. The government is. But that's a long story. So, you know, like, what's the deal, dudes? I'm opening the garage in Doordy by the wasteground. You know, car mods, lowriders, all that shit. You damn? Do polar bear shit in the woods. No. But they've been knowing the shit in the liquor tent. If I remember it right. But, yeah, that was like, so far gone. Yeah, can I auch in here mal quatschen. Die quatschen die ganze Zeit nur. Hallo, das ist ein Let's Play, Leute. Lasst mich doch auch mal was sagen. Das ist unverschämt hier. Habe ich mir immer so schöne Sprüche parat gelegt, das habe ich es alle wieder vergessen. Dankeschön. Ja, Krankenhaus. Warum Krankenhaus? Ja. Also, ich bin der Überzeugung, dass die Wahrheit wirklich krass ist. Auch wenn er... Es... Waaah... Fuck. Ich hoffe, der Farken landet richtig rum. Yeah, Monsterstar. 500 Dollar. Respekt. Wir sind reich geworden gerade, Leute. Habt ihr das gesehen? 500 Piepen. So, hier. Lass mal wandeln. Or, anywhere. Nothing. Oh, don't look. Cover your faces. Think about a yellow rubber duck. You're tripping again. Shh. Ja, galben, guck um die Enden. Okay. I've seen enough. Let's go see if we can find Wayne. He's working a hot dog van at the tram terminal in Kings. Come on, dude. What's all that about him? You don't want to know. What? Do you know what a subdermal neurophone is? A what? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark, kid. I'm going to go see if we can find it. I'm going to go see if we can find it. I'm going to go see if we can find it. I'm going to go see if we can find it. I'm going to go see if we can find it. I'm going to go see if we can find it. I'm going to go see if we can find it. Untertitelung des ZDF, 2020